Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Game Two. Ja, die Gamescom ist offiziell vorbei, aber bei uns geht sie noch weiter. Wir zeigen euch unsere Spiele-Highlights! Und unsere eigenen Gaming Awards! Jetzt! Ehh, Sophia? Ja? Hast du schon eine Idee für die nächste Mod? Ne, worum geht's denn? Wir haben Battle Chasers, Assassin's Creed Origins, Mittelerde, Schatten des Krieges, Anno 1800, Dragon Ball FighterZ, Sonic Forces und Yakuza 6. Ja. Irgendwas, was die gemeinsam haben oder so? Ladebildschirme? Nein. Was anderes? Credits! Alter! Nein! Ein A! Dein Ernst? Ja, ey, ein A ist eine gute Idee, aber Sonic Forces hat kein A. So, ihr seid drauf, Freunde. Gleich geht's los. Was? Ich mach das. Eins, go! Und jetzt kommt ein Beitrag von Christoph und Markus zu Spielen, die sie auf der Gamescom angetestet haben. Manche davon haben ein A im Namen. Ah, der Chris! Na, hast du dir auch viele tolle Spiele auf der Gamescom angeschaut? Joa, war ganz geil. Hat sich gelohnt. Ja, glaub ich. Alleine in meiner Hamburger Kellerkabine war's auch super. Übrigens, danke der Nachfrage auch, ne? Aber was denn zum Beispiel? Komm schon, hau raus! Äh, hier das, äh, Battle Chasers, das war geil. Schon was von gehört, kennste? Battle Chasers? Battle Chasers? Ah ja! Battle Chasers Night War basiert auf einem Comic der 90er und ist das neueste Spiel der ehemaligen Darksiders-Macher mit dem Titel-Macher Joe Maderrera und Ryan Stefanelli. Die gründeten nach dem Untergang von THQ mit Airship Syndicate ihr eigenes Studio und arbeiten jetzt an ihrem Erstlingswerk. Und das scheint bei dir ja mächtig Eindruck hinterlassen zu haben, oder? Äh, ja. Also, ich hatte einen Termin bei THQ und hatte das Battle Chasers eigentlich so gar nicht richtig auf dem Schirm. Und was mir da direkt ins Auge gesprungen ist, war einfach dieser richtig coole Look. Es wird ja inzwischen relativ inflationär mit dem Begriff Comic-Look um sich geschmissen. Aber da trifft's das einfach sehr gut. Also, man merkt wirklich richtig stark, dass da die alten Darksiders-Macher dran sind. Es gibt zum Beispiel diesen einen Typen mit so fetten Schulterpanzern und da ist auch noch Schrift drauf, die leuchtet und so was. Das hat mir den Mund dann echt schon ein bisschen wässrig gemacht, obwohl die eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel neu machen. Ja, stimmt schon. Im Prinzip mixt Battle Chasers Night War bekannte Spielelemente neu zusammen. Auf einer Oberwelt rüstet ihr eure Helden mit neuen Waffen und Items aus, um anschließend in bester Dungeon-Crawler-Manier fiesen Monstern den Allerwertesten zu versohlen. Entgegen bekannter Crawler-Kost aber nicht in Echtzeit, sondern in rundenbasierten Kämpfen a la Final Fantasy oder Chrono Trigger. Und du meinst, der Dungeon-Crawler-RPG Japanomix wird was? Also, ich hab's auf der Messe leider nicht selber anspielen können. Ich glaub aber schon, dass das Kampfsystem auch echt Bock macht. Also, wir haben da verschiedene Spezialattacken gesehen. Es gab super viele Ausrüstungsgegenstände, Waffen. So ein relativ interessantes System, mit dem man seinen Mana für diesen Kampf kurzzeitig wiederherstellen könnte. Also, im Prinzip ist eigentlich das Tischlei mit allem gedeckt, was es braucht, damit es Spaß macht. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das Spiel dann im Endeffekt auch genug Tiefe bietet und als Rollenspieler auch langfristig genug motivieren kann. Na, das klingt doch schon mal gar nicht schlecht, aber du hast doch sau viel gesehen. Da war doch bestimmt noch was Überraschendes dabei, oder? Hä? Äh, hier, Assassin's Creed Origins. Was? Gerade erzählst du von einem echt überraschenden Erstlingswerk eines neuen Studios? Und jetzt kommst du mit Assassin's Creed? Ja, warte mal ein bisschen absurd. Die haben ja diesmal gesagt, dass sie wirklich ein bisschen was neu machen wollen. Na gut, auch ich muss zugeben, das alte Ägypten macht schon echt was her. Die staubtrocknen Wüstenlandschaften sehen nicht nur wirklich schick aus, sondern fühlen sich auch herrlich unverbraucht an. Trotzdem bleibt Assassin's Creed natürlich Assassin's Creed. Über eine Karte, zugekleistert von Icons, meuchelt ihr euch durch die Story-Mission, erledigt Nebenaufträge oder sammelt Kleinkram. Und was genau hat dich da jetzt so überrascht? Also, in unserer Gameplay-Session konnten wir uns eine Stunde lang eigentlich frei bewegen. Und da hab ich mir dann gedacht, okay, schaust du einfach mal, was die offene Welt hier so zu bieten hat. Hab mir einen Kamel geschnappt, bin straight durch die Wüste und irgendwann an so einer Pyramide angekommen. Da gehst du jetzt mal rein, guckst so, was in der Pyramide geht. Auf dem Rückweg hab ich dann aber noch so einen kleinen Geheimgang entdeckt und konnte dann wirklich eine Viertelstunde diese Pyramide erkunden mit so einer Art Uncharted-artigen Rätseln und sowas. Also, ich glaub jetzt wirklich nicht, dass das im Endeffekt so filigran und so groß wird und diese großen Wow-Momente von Zelda hat oder sowas. Aber sie bewegen sich in die richtige Richtung und das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Na, du hast ja recht. Sie probieren wirklich ein bisschen was umzustellen. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Skill-System, das Erinnerungen an das Fero-Brett aus Final Fantasy X wach werden lässt. Und nicht zu vergessen das Kampfsystem, das sich angeblich in Richtung Dark Souls bewegt haben soll. Wie hat sich das denn angefühlt? Also, es hat tatsächlich schon so diese Dark-Souligen-Einflüsse. Es gab einen schweren Schlag, man konnte Gegner anvisieren, es gab einen leichten Schlag, es gab superviele Waffen, die sich auch alle sehr unterschiedlich gespielt haben. Und ich find den Ansatz grundsätzlich sehr gut, dass sie gesagt haben, ey, wir gehen mal weg von diesem Vorwurf, es spielt sich von selbst hin zu, ey, spiel selbst mal wieder ein bisschen. Dadurch ist es natürlich schon so, dass die Kämpfe nicht mehr ganz so durchgestylt sind wie früher, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Oh, also da hab ich jetzt den perfekten Übergang. Pass mal auf. Also, viel gekämpft wird ja auch in Mittelerde Schatten des Krieges. Hammer, oder? Komm, ich fang direkt an. Mittelerde Schatten des Krieges möchte gemäß der Sequel-Formel vor allem eins, von allem etwas mehr bieten. Eine offenere Welt, noch mehr Gegner und noch bombastischere Schlachten. Ob die im ersten Teil etwas leere Spielwelt gegen eine etwas lebendigere ausgetauscht wurde, können wir zwar noch nicht so recht beurteilen, dafür aber die Eroberung einer Festung. Da hast du dir doch dein eigenes Heer aus Orcs zusammengestellt, hast die Burgmauern eingerissen und dir die finsteren Gestalten dann in kleinen Gruppen vorgenommen. Und, wie lief's? Ich muss sagen, das hat Bock gemacht, das sah cool aus, das war wieder ziemlich durchgestylt, aber es war auch echt ganz schön fordernd, weil dadurch, dass man teilweise auch alleine gegen diese Orc-Gruppen gekämpft hat, da wurd's schon ganz schön unübersichtlich, weil's einfach super viel gab, was man auf einmal erfassen musste. Super viele verschiedene Waffen, Angriffe, Orcs, die man übernehmen konnte, Spezialangriffe, kommt nicht warpen und ganz viel anderes Zeug noch. Ich glaub aber schon, wenn man das dann wieder so richtig in den Fingern drin hat, dann kann da schon ziemlich guter Flow im Kampf aufkommen. Ja, da kann ich dich verstehen. Das ist ja auch alles echt viel. Schauen wir uns alleine das Skill-Menü an. Jede Fähigkeit verfügt über drei verschiedene Ausprägungen, die je nach Gegnertyp ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile mit sich bringen. Und damit nicht genug. Unterstützungseinheiten können angepasst werden, es gibt tonnenweise neue Ausrüstung und, und, und. Puh, nach so viel Action brauch ich, glaub ich, erst mal ne Pause. Hast du Bock auf was ruhigeres? Weil da hätt ich auch noch was für dich. Oh ja, bitte. Was hätt's denn da noch? Äh, Anno 1800. Haben sie da ganz frisch angekündigt. Ach klar, Anno. Es scheint ja irgendwie die Rückkehr der Strategie-Klassiker anzustehen. Erst Age of Empires IV, jetzt Anno 1800. Das Spiel zwar eigentlich irgendwo um 1860 bis 1870, aber die Quersumme muss bei Anno-Teilen immer einen neuen ergeben. Es geht also wieder zurück in die Vergangenheit. Und? Wie findest du das? Also für mich ist dieser Schritt wieder ein früheres Zeitalter genau der richtige. Für mich gehört das einfach irgendwie zum Anno-Flair dazu, dass es in der Vergangenheit spielt. Sie haben uns eine Version gezeigt, die noch zwei Jahre vom Release weg ist und trotzdem sah das schon echt verdammt geil aus. Also es war super detailverliebt, es war verspielt mit kleinen Paraden, die über die Straßen gezogen sind, mit wunderschönen Landstrichen. Also das, was sie uns da gezeigt haben, das sah schon richtig, richtig gut aus. Ich find's so ein bisschen schade, dass sie uns noch so wenig gezeigt haben. Ja, das stimmt allerdings. Trotzdem hat Blue Byte ja schon einiges erzählt. Das komplette Geschehen wird zum Beispiel wieder direkt in die Spielwelt verlagert. Militärische Konflikte finden also nicht mehr auf separaten Karten statt. Ja, sogar ein Zoo hat es in die Städte geschafft. Na gut, zwar hat er für eine kleine Revolte in der Stadt gesorgt, die konnte mit einer diplomatischen oder radikaleren Lösung recht einfach niedergeschlagen werden. Ach, das ist schon schön, oder? Ja, das sieht doch ganz nett aus, ne? Äh, was? Markus? Was machst du denn hier? Äh, ja, ich war auch auf der Gamescom. Ich hab mir auch tolle Spiele angeschaut. Ah, okay, ja dann. Über welche Spiele wollen wir denn jetzt reden? Oh, unbedingt über Dragon Ball FighterZ. Das durfte ich auch endlich mal zocken. Gut, da wissen wir schon seit der E3, dass es bombastisch aussieht und auch spielerisch einiges kann. Ich will Neuigkeiten. Oh ja, die gibt's. Und zwar in erster Linie ganz viele neue Charaktere. Wir haben jetzt Piccolo, Krellin, C16 und C18 im Lineup. Und die hab ich auch alle angespielt. Die fühlen sich wirklich einzigartig an. Der eine ist ein bisschen schneller, aber vielleicht hauen die Schläge nicht ganz so rein und der andere ist langsamer, dafür stärker. Dann haben wir noch Son Goku und Vegeta in ihren Super Saiyajin-God-Form. Die kommen aber erst nach Release zum Lineup. Dann hab ich noch Einblicke in den 6 gegen 6 Party-Modus bekommen, wo jeder Spieler die Kontrolle über einen Charakter übernimmt. Und man kann sich sogar mit kleinen Dragon-Boy-Emojis noch untereinander verständigen, sodass man wirklich fette, große Kombos gemeinsam raushauen kann. Dann hab ich aber auch noch ein paar andere Neuigkeiten in einem Interview rausbekommen. Ja. 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 Hey, halb so wild, das kann ich doch übernehmen. Also, in Yakuza 6 wird die Geschichte um Protagonist Kazuma abgeschlossen. Seine Ziehtochter wurde von einem Auto angefahren und liegt im Koma. Das ist aber nicht das einzige Problem, denn sie hat auch ein kleines Kind, um das sich Kazuma jetzt kümmern muss. Mit Baby im Gepäck reist er dann nach Hiroshima, um den Verantwortlichen zu finden. Yakuza 6 ist der erste Teil, der exklusiv für die PS4 entwickelt wurde. Macht sich das auch irgendwie bemerkbar? Ja, auf jeden Fall. Also, in erster Linie sieht's viel besser aus als Yakuza 0 zum Beispiel. Aber viel wichtiger ist, es gibt fast keine Ladezeiten mehr. Also, wenn ich in ein Geschäft gehe, kommt kein nerviger Ladebildschirm mehr. Und was noch viel cooler ist, wenn ich mich auf der Straße prügele und die ganze Prügelei in ein Geschäft reingeht, dann ist es auch ohne Ladezeit. Das ist also für den Spielfluss und für die Dynamik auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und schon wieder prügeln. Jetzt hab ich aber wirklich genug gewalttätige Games gesehen. Ich will was fröhlich-buntes. Wir machen jetzt mal weiter mit Sonic Forces. Nach einigen eher mittelmäßigen Sonic-Teilen traut sich Sega mal wieder an ein 3D-Sonic. Ähnlich wie in Sonic Generations steuert ihr eine moderne und eine klassische Version des blauen Renneagles. Im Avatar-Modus könnt ihr nun aber auch einen eigenen Charakter bauen und mit Fähigkeiten bestücken. Aber wie spielt es sich denn jetzt? Kommt da die nächste Sonic-Pleite? Ja, also erst mal zur Beruhigung. Ich glaub nicht, dass Sonic Forces ein Reinfall wird. Gut, einerseits muss ich sagen, die 3D-Ansicht hat sich schon teilweise ein bisschen hakelig angefühlt. Es war ein bisschen ungenau, wo ich hinspringen konnte und wo nicht. Aber glücklicherweise wechselt sich das Ganze schon noch recht häufig mit der klassischen 2D-Ansicht ab. Und so kommt eigentlich echt eine gute Abwechslung ins Spiel. Was die 3D-Ansicht aber meiner Meinung nach wirklich gut kann, ist ein Gefühl von Hochgeschwindigkeit aufkommen zu lassen. Also, ich glaub, so schnell wie hier in dem Sonic war ich noch nie unterwegs. Naja, klingt ja jetzt nicht nach weltbewegenden Änderungen, aber zumindest scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Gab es sonst noch Neuerungen zu sehen? Ja, also ich durfte auch noch einen neuen Modus anspielen, und zwar war das der Tag-Team-Modus. Hier hat man zwei Charaktere zur gleichen Zeit gesteuert. Also, die waren wirklich miteinander verknüpft, sobald der eine hochspringt, springt im selben Moment auch der andere. Und wenn ich lenke, lenkt auch der andere. Also wirklich beide parallel gleichzeitig zu steuern. Und das war ein bisschen seltsam, weil beide immer das Gleiche gemacht haben. Also, im Prinzip hat es sich so angefühlt, als hätte man nur einen sonderlich breiten Charakter gespielt und nicht ein Team. Wir haben ein paar coole Tag-Team-Sequenzen gesehen, aber sonst war es genauso wie im Einzelspieler-Modus. Und deswegen bin ich auch noch nicht so ganz warm geworden mit dem Tag-Team-Modus. Also, zumindest nicht in der Demo-Version, die ich gespielt hab. Ja, super. Danke, Jungs. Tschüss. Tschüss. Danke, Christoph. Danke, Markus. Als Nächstes berichtet Micha von einem Spiel mit superrealistisch ausmodellierten, lizenzierten Fahrzeugen. Project Cars. Und von einem Spiel mit superrealistisch ausmodellierten, lizenzierten Fahrzeugen mit Hühnern, Kühen und Schweinchen. Pure Farming 2018. Und was der superrealistisch ausmodellierte Micha noch alles mitgebracht hat. Und ob Trant irgendwas anderes außer Monster Hunter gespielt hat. Das erfahrt ihr jetzt. Hat voll geklappt. Na, Micha, du hast ja Pure Farming 2018 angespielt. Erste Frage. Braucht man das noch, wenn man schon den Farming Simulator hat? Das ist eine schwierige Frage. Auf jeden Fall war es witzig, dass der Stand von dem Farming Simulator genau gegenüber war. Wir waren ja gerade beim, ähm, Pure Farming, ja? Und ihr seid ja hier Farming Simulator. Passt ihr euch? Also gab's schon Schlägereien hier auf dem Flur? Also wie ist es bis jetzt gelaufen? Und wie hast du abgeschnitten? Ähm, ja, man hatte das Gefühl, da lag ordentlich Beef in der Luft. Ja, das ist natürlich bitter. Aber jetzt erzähl doch mal was von Pure Farming. Mh, na, die hatten auf jeden Fall richtig geile Kartoffeln am Stand. Die hab ich erst mal probiert. Man, Micha, also wenn du nix Sinnvolles sagen willst, dann mach ich das halt. Okay. Mal sehen. Also, Pure Farming Simulator 2018. Kümmern Sie sich mithilfe modernster, lizenzierter Geräte um alle Aspekte der modernen Landwirtschaft. Bauen Sie regionale Nutzpflanzen wie z.B. Hanf, Kaffee und Oliven an. Reisen Sie zwischen Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien umher und ... Äh, Moment. Asien hab ich angespielt. Sieht genau aus wie Deutschland, plus so ein, zwei Kung-Fu-Kulissen. Das fand ich echt viel zu wenig. Guck dir das mal an hier. Also, das ist nix. Okay, aber was ist mit den speziellen Maschinen, die es noch nie in einer Landwirtschaftssimulation gab und die super realistisch dargestellt sind? Äh, kann ich schwer beurteilen. Ich saß eigentlich die ganze Zeit nur so auf dem Trecker mit dem Gülle-Container hinten dran. Äh, wobei da ich einen besonderen Bezug ... Mein Opa war früher Bauer und ist auch Trecker gefahren. Da saß ich hinten drauf. Und nach zwei, drei Stunden tut einem richtig der Popo weh. Also, ich kann schon mal sagen, das kam nicht so richtig rüber im Spiel. Das war schwach. Hm. Und was ist mit den prachtvollen und üppigen Landschaften? Ja. Die prachtvollen und üppigen Landschaften sahen aus wie ein Acker in Brandenburg. Es war keine Sau da. Du hast keine Ehefrau, du hast keine Kinder, keine Tiere. Es war einfach nur ein karges Ödland. Wer will da leben? Wer will da arbeiten? Okay, machen wir weiter mit God's Trigger. Ja, Moment. Also, es ist nicht ganz mein Spiel gewesen. Ich will es jetzt auch nicht komplett malig machen, ja. Die haben so ein paar Sachen eingebaut in verschiedenen Ländern mit den verschiedenen ... Hier kannst du irgendwie Reis anbauen und da irgendwie Kartoffeln. Und die haben verschiedene Schwierigkeitsstufen. Experte, Anfänger, mittelmäßige ... Du kannst alles Mögliche steuern und fahren, wenn du auf so dicke, fette Maschinen stehst. Ach ja, und die Grafik sieht auch ganz geil aus. Zumindest geiler als der noch hässlichere Farming-Simulator. Insofern, ey, wer es mag, der soll es spielen. Für mich war es jetzt nicht los. Na gut, jetzt aber mal weiter mit God's Trigger. Ist mehr dein Ding, oder? In God's Trigger müsst ihr in Hotline-Miami-Manier aus Top-Down-Sicht die Apokalypse stoppen. Ein einziger Treffer bedeutet den Tod. Für eure Feinde ebenso wie für euch selbst. Erst wenn ihr alle von Lucifers Lakaien zurück in die Hölle geschrotet habt, ist ein Level geschafft. Ihr habt die Wahl, ob ihr mit einem, ich zitiere, rechtschaffenden Soldat Gottes namens Harry spielt oder mit der Ex-Teufelin Judy ins göttliche Gefecht zieht. In jedem Fall spritzt das Blut bis Meppen. Micha, wie war's denn? Hat's Spaß gemacht? Ja, es hat super Spaß gemacht. Vor allem, weil ich's im Koop gespielt hab, der einzige Weg, wie man so ein Spiel spielen sollte. Der Fabian saß mit dabei und wir sind wirklich tausend Tode gestorben. Wow, das sieht nach Spielspaß aus. Wird das nicht auf Dauer eintönig? Hm, nicht wirklich, weil man hat halt Spezial-Skills. Der Engel Harry, der hat so ein Schutzschild, da prallen die ganzen Kugeln drin ab. Und die Ex-Teufelin, die hat so einen Wirbelsturm, der alles wegbashed. Das hat natürlich beides immer so Cooldown-Zeiten, auf die man warten muss. Dann kann man auch sehr taktisch vorgehen. Man kann dann zum Beispiel von verschiedenen Richtungen in einen Raum gehen und die Gegner somit überraschen. Man kann halt gleichzeitig Leute abschießen. Das bringt auch mal extra Erfahrungspunkte, um dann die Spezial-Skills hochzuleveln. Insofern insgesamt taktisch gesehen bringt das genug Abwechslung, um einmal da Stangen zu halten. Ja, klingt doch gut. Dein Fazit? Das Fazit ist, A, ist der Look nicht so supergeil und B, ist auch der Soundtrack nicht so der Oberhammer wie bei Hotline Miami. Und es hat auch keine krasse eigene Funktion wie Mr. Shifty zum Beispiel, wo man sich ja so durch die Gegend beamen kann. Insofern weiß ich nicht genau, ob es eigenständig genug ist, um sich gegen die mittlerweile ja große Konkurrenz durchzusetzen. Aber es hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Insofern hat mir gefallen. Ordentliches Geballer. Und ordentliches Geballer mag der Michael eigentlich immer. Selbiges gilt auch für Project Cast 2. Der Vorgänger hatte 2015 die mit Abstand schicksten und detailliertesten Karren, die die Welt bis dato gesehen hatte, und gilt bei einigen bis heute als ultimative Rennsimulation. Ziemlich schwer für die Entwickler, da noch eine Schippe draufzulegen. Wir haben mal nachgefragt bei Game Director Steven Villiön, Filion, ach egal, da unten steht ja sein Name. Kann sich der neue Teil überhaupt gravierend von seinem Vorgänger unterscheiden? Dramatische. 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 Wir haben jetzt ein Ranking-System. Das trackt wie man spielt. Wir machen sicher, dass man die Möglichkeit hat, zu matchminken mit Leuten, die das Spiel spielen wie du. Und wir haben viele Arbeit in die Möglichkeit verpassen, um die Accessibilität des Spiels zu verbessern, wenn man es mit dem Gamepad macht, ohne die Physik zu verändern. Also, viele Tonnen. Und neue Manufakturen. Wir haben jetzt sehr neue Brands in dem Game. Wir haben Ferrari, Lambo, Porsche. Wir haben viele neue, fantastische Tracks, die wir haben. Natürlich sind wir auch der offizielle IndyCar-Simulator. Und natürlich auch Rallycross. Okay, im Spiel steckt also eine Menge drin. Aber jetzt mal zum Wesentlichen. Micha, du hast Project Cast 2 auf einem 60.000 Euro teuren Hydraulikstuhl gespielt, richtig? Richtig. Und das Ganze mit 3-4K-Bildschirm, nicht wahr? Das ist korrekt. Und obendrauf gab's noch Dolby Surround-Sound, oder? Oh ja. Und dann hast du dir auch noch eine VR-Brille aufgesetzt, oder? Auch das noch. Und? Wie war's? Ja, was soll ich sagen? Es war einfach das geilste Spiel der Messe. Es war das geilste Erlebnis, was ich jemals hatte in VR. 12K, ja, versus VR. Also, so einen Vergleich hat noch nie einer gemacht. Ich hab ihn auf der Messe gemacht. Es war beides arschgeil. Übrigens, VR ist noch geiler. Und ich glaub, für jeden Autonarren geht nicht mehr Immersion als das. Mir hat richtig Rückenweh von dem ganzen Geschüttel. Und ja, mein Highlight der Messe, alles andere war dagegen echt Kinderkacke. Und bam. Okay. Danke, Micha. Hol mal den Trant rein, der hat ja auch noch ein paar Sachen gezockt. Mach ich. Hallo, Trant. Hallo. Und? Bist du traurig, dass du nicht in diesem geilen Simulator Project Cast 2 spielen konntest? Na, also, Micha war ja echt begeistert. Ja, das beste Erlebnis überhaupt, meinte er. Was soll das jetzt hier werden? Ist das Thema jetzt auf einmal, guck mal, wie viel Fan der Michael Reinke hatte, oder was? Ich dachte, ich soll über die Spiele erzählen, die ich gesehen hab. Aber wie du willst. Also, ich kann auch gern noch über Michael Reinke und seinen tollen Spaß auf der Messe erzählen, wenn du magst. Nee, sorry, sowas nicht gemeint. Na, dann erzähl doch mal. Also, ich hab hier auf der Liste stehen Bravo Team für die PlayStation VR. Was ist das genau? Ja, Bravo Team, wie du richtig sagst, für die PlayStation VR ist ein, ja, ich sag mal, Military Shooter. Man spielt so ein SWAT Team, was halt gegen Rebellen oder aufständige Terroristen und Paramilitärs kämpft. Und, äh, die Szene, die ich gespielt hatte, äh, die hat auf einer Brücke gespielt, äh, die, ja, im Chaos versunken war. Überall waren Autowracks und, äh, Gegner sind uns entgegengesprungen. Ich hab das zusammen mit Gregor gespielt. Und, hab ich ja auch noch gar nicht gesagt, äh, der Clou dabei ist, dass man das mit dem, äh, PSVR-Zielcontroller spielt. Das Außergewöhnliche bei dem Spiel ist, dass man da nicht selber läuft, sondern, dass man, ähm, sich von Deckung zu Deckung begibt. Man visiert einen Punkt an, wo man als nächstes hinmöchte. Dann drückt man einen Knopf und der Soldat sprintet von selbst dahin. Man läuft also nicht selbst. Hm, okay, aber wenn man sich da nicht komplett frei bewegen kann, ist das auch ein bisschen schade, oder? Also klingt, als wär's nicht mehr als ein Rail-Shooter. Ja, kann man so sagen. Also, die haben das natürlich in erster Linie deswegen gemacht, weil man in VR, wenn man selbst läuft, da kann's einem schon mal schlecht werden. Das ist hier jetzt angenehmer. Aber es ist auch nicht so, dass, wenn man jetzt, äh, in Bravo-Team hinter einer Deckung sitzt, dass, 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 dass man da nichts mehr macht. Sondern man muss ja auch in echt physisch den Kopf einziehen, damit man im Spiel sich keine Kugel einfängt. Oder man kann sich auch in echt halt zur Seite lehnen oder über eine Motorhaube drüber, damit es auch im Spiel eben umgesetzt wird. Also, da fühlt man sich schon so ein bisschen wie so ein Swat-Solder, der wirklich hinter einem Auto kauert. Äh, wenn der Umfang und der Preis am Ende stimmt, ich glaub, da kann man sich Bravo-Team für die PSVR auf jeden Fall mal geben. Ja. Alles klar. Bei Sony hast du dann noch Hidden Agenda gesehen. Ein PS4-Spiel der Playlink-Reihe. Was ist das? Ich erklär erst mal die Playlink-Reihe. Das ist ja so eine Casual-Games-Reihe von Sony, die mit dem Smartphone gespielt wird. Und, äh, meistens werden diese Spiele auch in geselliger Runde gespielt, auf der Couch. Ähm, Beispiel war Vets U. Es ist so ein Quizspiel, wo man sich gegenseitig Fragen gestellt hat. Man hat geraten, man hat Montagsmalerspiele gemacht. Und, äh, Hidden Agenda ist jetzt eher so die seriösere Richtung. Das ist ein spielbarer, interaktiver Thriller von den Until Dawn-Machern, wo man gemeinsam den Handlungsverlauf bestimmt. Okay. Gemeinsam den Handlungsverlauf bestimmen klingt nach viele Köche verderben den Brei. Wie soll das gehen? Ja. Ich erzähl erst mal kurz die grobe Story, um die es geht. Und zwar dreht sich alles darum, dass man einen Serienkiller fassen muss, der nennt sich der Trapper. Und, äh, die Szene, die ich gespielt hatte, die, ähm, ging los mit zwei Polizisten, die einen Tatort untersuchen mussten. Und, äh, während dieser Geschichte konnten alle Spieler gemeinsam entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Und die Entscheidungen, die getroffen wurden, die haben auch schwerwiegende Konsequenzen. Es kann also durchaus sein, dass Charaktere auch abhängig von den getroffenen Entscheidungen sterben. Es gibt aber noch einen weiteren Clou. Und zwar im Verlauf des Spiels, ähm, bekommt ein bestimmter Spieler einen Geheimauftrag erteilt, den aber auch nur er auf seinem Smartphone sieht und die anderen nicht. Und die restlichen Spieler müssen dann eben herausfinden, wer der Maulwurf ist. Und was passiert dann? Also, wenn man den Maulwurf enttarnt hat? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, bei uns war's am Kapitelende, sollten alle abstimmen, wer der Maulwurf war. Und wir haben uns, wir haben dann falsch getippt und das war dann halt so. Ja, aber ich glaub auch gar nicht, dass dieses, ähm, namensgebende Element, diese Hidden Agenda, dass das den Hauptspaß des Spiels ausmacht. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass die Inszenierung ziemlich gut geworden ist, weil das kommt einem wirklich vor wie so ein interaktiver, spielbarer Thriller. Also, würd auch eigentlich ganz gut als Film durchgehen und ich glaub, in der Hinsicht taugt das auf jeden Fall schon mal. Na gut, schauen wir mal. Und dann hast du noch ein Xbox One-Spiel gesehen, das quasi Dauergast auf jeder Messe ist. Nämlich Cuphead. Das wurde ja schon 2014 das erste Mal öffentlich gezeigt, ist aber immer noch nicht draußen. Ich glaube, mittlerweile hat das jeder schon mal gesehen und den wunderschönen Cartoon-Style gelobt, aber du hast es jetzt spielen können, richtig? Genau. Und ich fang am besten mal mit den neuen Sidescroller-Levels an, so nenn ich die erst mal. Cuphead hat ja im Vorfeld Kritik dafür bekommen, dass es nur eine Aneinanderreihung von Bosskämpfen war. Da haben sich die Entwickler noch mal hingesetzt und eben diese typischen Run-and-Gun-Levels eingebaut und eins davon hab ich auch spielen können. Und ja, das war schon sehr fordernd, also war ziemlich flott, Gegneraufkommen war sehr hoch und ja, so wurde man schon sehr unter Druck gesetzt. Also es ging viel mehr darum, das ganze Move-Repertoire auszuschöpfen, um möglichst geschickt durch diese ganzen Hindernisse und Gegner hindurch zu kommen. Und das Wichtigste dabei war eigentlich der Dash-Move vom Cuphead und auch der Parry-Jump. Das ist ein Sprung. Wenn man ein rosanes Objekt im Spiel sieht, kann man in dessen Nähe nochmal den Sprungknopf drücken und er stößt sich dann davon ab. Also das sind so zwei Techniken, die ziemlich wichtig waren. Und das war unheimlich flott und auch nicht einfach, obwohl ich den Schwierigkeitsgrad Simple anstatt Regular gewählt hab. Das geht also wohl noch schwieriger, aber es hat auch echt Bock gemacht, weil die Steuerung eben verdammt präzise war. Klingt super. Dann scheint Cuphead ja nun endlich auch inhaltlich zu dem tollen Style aufzuschließen, oder? Ja, so semi. Also die Levels, diese Sidescroller-Levels waren cool, aber sie sind trotzdem noch stark in der Unterzahl. Also es wird wohl so sein, dass das Spiel 28 Bosskämpfe beinhalten wird und denen gegenüber stehen halt nur sechs Sidescroller-Levels und das finde ich ein bisschen dünn. Aber es ist ja nicht so, dass die Bosskämpfe scheiße werden, sondern die sind ja auch audiovisuell und spielerisch richtig geil. Das ist, du kannst nicht anders als das zu spielen und zu grinsen und fordern ist es ja auch. Und ich sag jetzt mal was, ist nur eine Vermutung ohne Gewehr, aber ich glaub, die werden das Spiel später noch erweitern mit weiteren Levels. Wenn sie es nicht machen würden, das wäre einfach, ja, wäre blöd. Ja, das sehe ich auch so, das sollten die machen. Vielen Dank, Trant, für deine ausführlichen Schilderungen. Bitte, gerne. Darfst jetzt gehen. Tschüss. Für jeden Games-Redakteur kommt einmal im Jahr die Zeit, wo er Urlaub nehmen muss. Und das ist meist die Zeit, nach der Gamescom. So auch für Sebastian, der, während wir hier fundierte Games-Berichterstattung betreiben, irgendwo in Florida sitzt und Cocktails schlürft, dieses miese Schwein. Aber, aber Sebastian musste letzte Woche doppelt so viel arbeiten und hat es deswegen trotzdem geschafft, einen Beitrag abzuliefern. Danke, Colin. Nice. Ob Sebastian diesen Urlaub wirklich verdient hat oder nicht, erfahrt ihr jetzt. Mensch Sebastian, du Fleischmaschine, du kennst echt keinen Feierabend. Aber fangen wir mal an mit dem ersten Spiel. Ich seh schon, es wird knuddelig. Auf der E3 angekündigt und jetzt auch schon spielbar war Super Lucky's Tale. Das ist dieser kleine, kuschelige Fuchs, der, ja, wie alle anderen Jump'n'Run-Kollegen eigentlich auch, durch die Gegend hüpft und Münzen sammelt. Okay, das hört sich jetzt nicht unbedingt spektakulär neu an. Aber Plattformer sind zurzeit ja eher Mangelware. Wie hat es sich denn so gezockt? Ähm, es ist spielerisch eigentlich echt okay. Das einzige, was ich so ein bisschen tricky fand, ist, dass die Kamera nur in so drei Stufen von links in die Mitte nach rechts geschaltet werden kann. Und da so relativ schnell die Übersicht ein bisschen verloren geht. Ansonsten, ähm, die Steuerung, gerade wenn du das jetzt mit dem Super Mario Odyssey vergleichst, ist schon noch ein bisschen schlechter, schwammiger, weniger direkt, aber geht voll in Ordnung. Und voll in Ordnung ist eigentlich auch schon das Fazit, das ich ziehen kann. Wie gesagt, nicht superaufsehenerregend, aber netter, niedlicher, kleiner Plattformer. Okay, ist notiert. Aber nach nett kommt ja bekanntlich fett, womit wir bei Forza 7 gelandet wären. Was viele nicht von mir wissen, ich bin ein absoluter Rennsimulationsprofi. Meine Skills sind ganz weit hier oben und eigentlich kommt niemand gegen mich an auf dieser Welt, in diesem Genre. Ah, kapiert. Das war jetzt ironisch gemeint. Du bist doch der totale Racing-Null-Checker. Dann sag halt was zur Grafik. Forza Motorsport 7 sieht aus wie gemalt. Die Grafik-Engine ist einfach der Hammer. Man hat Fotogrammetrie, gerade was so die Umgebung angeht und das sieht einfach hammermäßig aus. Man hat richtig schöne Wettereffekte. Kollege Tim ist ein bisschen gefahren und ich glaube, das war der Nürburgring. Und plötzlich hat Regen angefangen, hat eingesetzt, es wurde so ein bisschen dämmerig, es wurde Abend und die Sonne ist untergegangen. Und dabei pratschelte die ganze Zeit Regen auf die Fahrbahn. Im Volltempo ist er Richtung Zielgerade gefahren. Und auch ich, der jetzt nicht so viel mit Rennspielen anfangen kann, hab daran schon ein Gefallen gefunden. Das sieht schon richtig, richtig nett aus. Was die rein spielerische Komponente angeht, kann ich vielleicht nicht ganz so viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass der Super-Easy-Modus echt ganz okay ist. Ach komm, ich erlös dich jetzt mal. Du bist ja eigentlich unser Experte für die eher kleinen Perlen. Irgendwas richtig Geiles dabei gewesen? Ähm, das Highlight war Crossing Souls. Das wird von Devolver gepublished und hat mich echt weggeblasen. Also, das fängt an bei einem Pixel-Art-Style, bei dem sich einfach jedes kleine Fitzelchen irgendwie bewegt und liebevoll animiert ist. Ähm, ich weiß, dass Pixel-Art nicht immer sehr beliebt ist, weil es ein bisschen ausgetreten ist, dieser Fahrt. Aber wenn es so schön gemacht ist wie hier, scheiße Mann, nimm all mein Geld. Schwärm du noch ein bisschen über die Pixel-Grafik, ich sag schnell mal was zur Story. Fünf Kleinstock-Kids finden im Wald eine Leiche, der Beginn eines großen Abenteuers. Was für ein Art Spiel ist Crossing Souls denn? Spielerisch ist es ein Action-Adventure, das aber sehr bunt ist. Also, es ist nicht nur so klassisch Zelda-like, dass ihr ein bisschen rumlauft, aus so einer isometrischen Perspektive und Gegner kloppt und ein paar Rätsel löst, sondern ihr habt auch Platforming-Elemente, ihr könnt klettern und alle diese Jugendlichen haben unterschiedliche Fähigkeiten. Zwischen denen müsst ihr immer wieder hin und her wechseln, um Rätsel zu lösen. Das ist jetzt vielleicht nicht partout super, super neu, aber es ist einfach so eine schöne Mischung. Zudem sind die Entwickler einfach verdammt coole Säue gewesen. Also, als ich mich da auf die Couch gesetzt habe, habe ich mich direkt wohl gefühlt. Die schnacken locker mit einem und man muss sich dabei vorstellen, das sind Leute, die noch nie in der Branche vorher gearbeitet haben, die noch nie bei einem Entwickler irgendwie Fuß gefasst haben oder so, sondern einfach sich gedacht haben, ey, wir haben Bock, ein Spiel zu machen. Und faszinierend dabei ist, dass das überhaupt nicht danach aussieht. Also, die Leute haben so viel Leidenschaft da reingesteckt, dass es aussieht wie ein richtig krass gepolischter, richtig, richtig guter Indi-Teto. Wow, du klingst ja echt begeistert. Was könnte das noch toppen? Hier, The Swords of Ditto vielleicht? Das sieht ja auch cool cartoonig aus, aber auch wieder mega nach Zelda. Was ist denn daran jetzt so besonders? Zum Beispiel kann man es im Koop spielen. Auf einem Bildschirm. Das finde ich schon mal Hammer. Und, was auch noch interessant ist, man kann das Spiel innerhalb von zwei Stunden durchspielen. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen so, wieso zwei Stunden, viel zu wenig Spielzeit? Äh, ja, wollte ich grad sagen. Ja, aber das Spiel basiert darauf, dass man es mehrmals durchspielt. Und das heißt jetzt nicht, dass es zwingend irgendwelche Längen hat und du musst immer und immer wieder das Gleiche machen, sondern du beeinflusst mit deinem ersten Playthrough, dem zweiten Playthrough und auch den dritten Playthrough und auch den vierten Playthrough. Okay, Konzept kapiert. Gib mal ein konkretes Beispiel. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass du beim ersten Mal nicht schaffst, den Endgegner zu besiegen. Und dadurch wird dann die ganze Welt in Dunkelheit getünscht und alles ist irgendwie dunkel und finster und böse, wenn du deinen zweiten Playthrough startest. Und das ist irgendwie ein Konzept, das ich sehr, sehr spannend finde. Man konnte das jetzt noch nicht so im Detail sehen, aber es macht auf jeden Fall schon mal neugierig. Und generell muss ich sagen, dass ich nach dieser kleinen Koop-Session mit dem Entwickler auf jeden Fall sehr viel Lust bekommen habe auf das Spiel. Vielen Dank, lieber Sebastian, aber jetzt erstmal einen guten Urlaub auf der Alligator-Farm oder was auch immer du in Florida so machst. Wir gehen zurück ins Studio. Kommen wir nun zu einer Premiere. Zum ersten Mal seit die Menschheit das Licht eines Bildschirms erblickt hat, verleihen wir hier bei Game Two höchstpersönlich einen Award. Die ultimative Auszeichnung für alles, was wir überragend finden oder wo uns auch einfach nichts Besseres eingefallen ist. Daher küren wir in neun Kategorien fundiert und objektiv die Sieger der Gamescom. Meine Damen und Herren, wir präsentieren die Game Two Awkwardz! Was denn? Noch so eine super wichtige, selbstverliebte Preisverleihung? Ein Award für Treue und Realness geht's dieses Jahr an! Braucht's das wirklich? Game Two sagt ganz klar, ja! Unsere Redaktion hat sich todesmutig durch die schwitzigen Messemassen gewühlt, das scheinbar undurchdringliche Spielangebot analysiert und in einer unbestechlichen demokratischen Abstimmung die würdigsten Preisträger ermittelt. Folg auf für die Game Two Gamescom Awards 2017! Klischee-Keule. Klischee ist everywhere. Meine Güte, ist hier eigentlich auch irgendwas neu? Egal ob langhaarige Gruselmädchen, derbes Blättereinlagen oder modrige Spukviller, The Evil Within 2 kramt wie der Vorgänger mit beiden Händen so richtig tief in der Mottenkiste des Grauens. Vermummte Spezialeinheit gegen vermummte Terroristen. Jupp, das klingt genauso innovativ, wie es aussieht. Naja, wenigstens bringt die Virtual Reality Unterstützung bei Bravo Team dezent frischen Wind in die dezent drögen Deckungsballereien. Doch der Titel des diesjährigen Klischee-Königs geht ganz klar an den Videospiel gewordenen Action-Car-Porn, den testosterongeschwängerten Hollywood-Blockbuster zum Selberzocken, den feuchten Bleifußtraum eines jeden Autoprolls. Need for Speed Payback. Ich baller das einfach hier dran, hier die Klischee-Keule für euch. Need for Speed Payback. Yeah! Unterhund, Geheimtipp der Game2-Redaktion. Diese Indie-Perlen solltet ihr euch merken. Eine simple Grundidee kombiniert mit kooperativen Spielansatz. Mehr braucht Deru nicht, um zu fesseln. Der weiße Spieler stoppt bzw. durchdringt die schwarzen Farbflächen, beim schwarzen Spieler läuft's entsprechend umgekehrt. Mit viel Geschick und vor allem guter Absprache kommen beide ans Levelziel. Drei bis fünf Schippen aufwendiger fällt Devolvers nächstes Pixel-Abenteuer aus. The Dark Souls lockt mit einem Mix aus Kämpfen, Puzzleslösen und Welterforschung und schwimmt stilistisch dabei konsequent auf der angesagten 80er-Revival-Welle. Quasi eine Art Stranger Things zum Mitspielen. Klingt interessant. Doch bei der Suche nach dem Unterhund der Messe lässt sich die Game2-Redaktion nicht von fettem Produktionsaufwand beeinflussen. Entsprechend geht der Preis in diesem Jahr an den Puzzle-Plattformer Samblance. Den hatten wir euch ja bereits in der letzten Folge vorgestellt. Mit Krogi übernehmen sie. Yeah, you have one amazing award! It's called Unterhund! That's Underdog in German, right? Right! Are you happy? Underhund, yeah! Oh, what? Das ist ja zuckersüß! Hm. Okay, zugegeben, die Abenteuer von Nintendos Haus- und Hofklempner sind eigentlich schon seit Jahrzehnten heiße Anwärter für einen Knuddelpreis. Aber hier, in Super Mario Odyssey, die Verwandlungsnummer mit der Mütze. Mario als Frosch, Mario als Goomba oder als Koopa. Okay. Süßer geht's doch gar nicht, oder? Doch, es geht noch süßer! Hier, Puschefuchslacki, der guckt doch derart harmlos niedlich aus der roten Wäsche dass man ihn am liebsten in den eigenen Privatsoh stecken würde. Okay, schon irgendwie so ein bisschen Knuddel-Klischee. Aber guck doch mal diese bezaubernden blauen Turntüchen. Kuddeli, kuddeli. Hä? Okay, bleiben wir professionell. Der Zuckersüß-Award 2017 geht nach Japan. Von oh, charmanter Comic-Look bis oh, darf ich den mit nach Hause nehmen, deckt Ni No Kuni 2 Schicksal eines Königreichs die gesamte Knuddelbandbreite ab. Der Anime-Expertise von Studio Ghibli sei Dank. So, die Mika sind schon wieder in Japan, aber die Fans sind noch da. Und findet ihr das auch so süß wie wir? Oh! Kann ich nicht aussprechen? Mach ich auch nicht. Spieletitel zum Zungeknoten. Der Titel vom neuen Digimon Story ist zunächst einmal eins, lang. Doch gut getan versteckt sich in der Mitte ein Wort, das die spontane Aussprache auf die Probe stellt. An dieser Stelle machen wir folglich das, was garantiert auch die allermeisten von euch tun würden. Wir fragen das Internet. Und damit herzlich willkommen auf Platz 3. Die Games um den Nippon-Nachwuchs-Ninja machen es dem Mundraum seit Jahren schwer. Und kaum hat sich unsere Zunge an Spieltitel wie Naruto Uzumaki Chronicles oder Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm gewöhnt, legen die japanischen Entwickler mit Naruto to Boruto Shinobi Striker nach. Für den ersten Platz reichen aber gerade mal vier Buchstaben. Fäggel? Fugel? Fugel? Ha, keine Ahnung. Fragen wir doch einfach die norwegischen Entwickler selbst. Ja, I'm not able to pronounce your game correctly. For that reason, you've won an amazing award. It's called Kann ich nicht aufsprechen. Are you happy? Yeah. Please pronounce it correctly. Fühl. Fühl. Awesome, yeah. Arzi-Farzi, Gehaltserhöhung für euren Art-Designer. Das sieht aber auch geil aus. Es sieht nicht nur aus wie ein interaktiver Comic, es ist ein interaktiver Comic. Battle Chasers Nightmare überträgt den Look seiner Buchvorlage mit filigraner Feder auf einen interessanten Mix aus Dungeon-Crawler und JRPG. Das ist uns ne Nominierung wert. Weniger Comichaft, aber nicht minder stylisch geht es in Fae zu. EAs Waldabenteuer um das titelgebende Fabelwesen begeistert mit reduzierter Farbpalette und stilisiertem Naturlook nicht nur Kunststudenten. Okay, eigentlich wollten wir Carphead weder nominieren, geschweige denn auszeichnen. Dafür ist das Duke Nukem Forever der Indie-Szene einfach viel zu lange in der Entwicklung. Aber was soll man machen? Das Run'n'Gun im Look altmodischer US-Cartoons sieht einfach nach wie vor schweinegeil aus. Da wollen wir mal nicht so sein. Das Spiel sieht geil aus, das Artwork ist der Hammer, aber ehrlich, bitte, bitte, behalt euch mal. Ich will selber mal zocken und für die besondere Motivation kriegt ihr jetzt auch nen Preis für's beste Arzzi-Fazzi-Game. Also jetzt reinhauen! Wow, da hab ich was gelernt. Buff auf Bildung, spiel dich schlau. Pure Farming ist quasi die Sendung mit der Maus unter den Games. Wie koppelt man einen Gülle-Anhänger korrekt an den Traktor? Warum gedeiht Nutzhanf in Kolumbien besser als in Japan? Und welche Spezialmaschine setzt sich am besten zur Kirschernte ein? All das muss man nicht wissen. Zum Angeben langt's aber allemal. Die gute alte Volkshochschule hat endgültig ausgedient. Keyboard Sports entert die womöglich letzte Domäne der Erwachsenen-Weiterbildung und lässt euch spielerisch die Tastatur erkunden. Klingt wie ein pädagogischer Werbetext, macht aber wirklich Spaß. Ihr wollt wissen, was 1403 in Böhmen abging? Dann freut euch auf Kingdom Come Deliverance. Die Warhouse Studios bemühen sich um ein authentisches Mittelalter-Setting, das von den Lebensgewohnheiten über die historischen Fakten bis zur Architektur ein möglichst korrektes Bild zeichnet. Aber keine Sorge, der aber gemetzelt wird natürlich auch. Tobi, ihr habt einen geilen Preis gewonnen. Der heißt Wow, da habe ich was gelernt. Wow, wir haben was gewonnen. Verdammt geil, wir sind 100 Leute, unser erstes Spiel. Das ist ein Riesending für uns. Und wir bedanken uns an alle, die da mitgevotet haben. Ich ballere den jetzt hier dran. Ich ballere den jetzt hier dran. Freut ihr euch? Ja! War geil! Erster. Innovativ, einmalig, gab's noch nie. Hoffen wir zumindest. Zelda im Koop. Ja, das gab's schon auf dem Game Boy Advance in Four Swords Adventure. Ist aber schon ewig her. Viel ungewöhnlicher beim Genreverwandten The Swords of Ditto sind allerdings eh die dynamischen Änderungen in der Spielwelt beim mehrmaligem Durchzocken. Warum genau? Hat euch ja Sebastian schon erklärt. Ein Mistkäfer muss auf einer exotischen Insel Post austragen. Der schwedische Entwickler Villa Gorilla bezeichnet Jokus Island Express als Open-World-Adventure-Pinball-Game. Klingt schräg, ist auf jeden Fall aber eins. Ungewöhnlich. Ganz oben auf der diesjährigen Innovationsskala findet sich allerdings das durchgeknallte Tastaturtutorial Keyboard Sports. So viel Wagemut muss einfach belohnt werden. Schmackofatz. Appetitanregendste Darstellung von Nahrungsmitteln. Yum, lecker. Okay, machen wir erstmal einen auf Bildungsauftrag. Liebe Kinder, Pommes wachsen nicht im Boden und frische Fettaugenmilch direkt aus dem Euter dürfte den wenigsten von euch so gut schmecken wie die industriell behandelte Form aus dem Supermarkt. Straight from the titty. Dennoch zeigt Pure Farming eindringlich, wo unser Essen herkommt. Und Sega macht dann köstliche, fotorealistische Speisen daraus. Angesichts der Gummiküche von Yakuza 6 möchte man direkt in den Bildschirm springen und mit Hauptheld Kazuma Kiryu schmausen. Aber auch die hohe Kunst der japanischen Straßenküche hat keine Chance gegen die bodenständigen Fleischgerichte in Monster Hunter World. Tikka-tut, 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 au, 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 au. Tikka-tut, 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 au, au, au. Bei diesen Portionen nehmen Vegetarier schreiend Reis aus, während Qualitätsverkoster Jumbo Schreiner gierig den Nachschlag ordert. Ein verdienter erster Platz. Ja, hier am Stand sieht das Essen zwar nicht so lecker aus wie im Spiel, dafür sind die Portionen aber fantastisch groß. Herzlichen Glückwunsch an alle Award-Gewinner. Und wehe, schmeiß die Scheiß auch lieber wieder weg. Das war's auch schon wieder mit Game Two. Jetzt folgt die zweite Folge von Fast Heroes 60, unserer neuen Zeichentrick-Serie, die sich, glaube ich, Simon und Nils auf der Gamescom in einem Aufzug aufschwatzen lassen haben. Jep, also Wiederschauen. Reingehauen. Fast Heroes 60 Wir sind die Fast Heroes 60 Mit unserer Pizza-Macht Fast Heroes 60 Nehmt euch Funden ab Fast Heroes 60 Freikind! Das ist ja wie damals bei meinem Onkel. Habt ihr das gesehen? Da war ein gründes Dreieck an meiner Stirn. Mhm. Da war es schon wieder. Ich glaube, es wird Zeit für die Spezial-Pizza. Ich sollte ihn nochmal beatmen. Einmal mit Artischocken, Käse und Ritalin! Ritalin? Für sowas sind Freunde da. Keine Sorge! Ich übernehse deine Lieferung! Eob denkt, das Kloster wäre in der letzten Folge explodiert. Pizza ist da! Genau, rechtzeitig. Wir wollten gerade Tropfschlagen machen. Eine Pizza! Das Monster hat mir meine Geburtstagsparty verdorben. Hier! Superkräfte! Fast Heroes 60 Guck mal, das sieht so deutsch-schrebergarten-mäßig aus. Während wir hier fundierte Games-Berichterstattung betreiben, irgendwo in Florida- Klok-Klo- Obkorn! Irgendwo in Florida-Cock-Cade- Das scheint echt ein Problem zu sein, ne? Und sich die Sonne auf den Bauch fallen lässt. Da lässt sich schon die Sonne auf den Bauch fallen. Aua! 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 Das ist eine gute Idee, aber Sonic Chasers, äh, Sonic... Fick doch Sonic Chasers in deinen Arsch hinein! Wie komm ich denn auf Sonic Chasers? Aua! 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 Keiner verletzt, immerhin! Dafür viele Outtakes, das ist gut. Aua!